Moin Leute, hier ist Tim und AMD hat gerade Big Navi vorgestellt. Drei neue Grafikkarten sind es an der Zahl und wenn diese Grafikkarten wirklich das abliefern, was AMD gerade in ihrer Präsentation versprochen hat, dann muss Nvidia sich wirklich warm anziehen. Und wenn Nvidia da nicht reagiert, könnte man sogar sagen, Nvidia kann einpacken. Wie gut die neuen Grafikkarten von AMD genau sein sollen, ab wann man sie kaufen kann und wie teuer die Grafikkarten sind, das erzähle ich euch jetzt. Wie schon gesagt, hat AMD drei neue Grafikkarten vorgestellt. Einmal ist das die Radeon RX 6800, die RX 6800 XT und die RX 6900 XT. Als erstes hat AMD die RX 6800 XT vorgestellt. Das war auch die Grafikkarte, die AMD kurz angeteasert hat, als sie ihre neuen CPUs vorgestellt haben. Und die RX 6800 XT wird tatsächlich ein direkter Konkurrent zur RTX 3080 von Nvidia werden. Sie wird in etwa genauso viel kosten. Die UVP von der RX 6800 XT soll laut AMD 649 Dollar betragen, also 50 Dollar weniger als die von Nvidia geforderte Summe für die RTX 3080. Und dafür soll die Grafikkarte in etwa die gleiche Performance bieten. Ich habe euch hier mal aus der Präsentation die Benchmarks aus verschiedenen Spielen mitgebracht. Also je nach Spiel liegt da entweder die AMD Grafikkarte leicht vorn oder mal die RTX 3080 von Nvidia unterscheidet sich nicht sehr deutlich. Also in etwa auf dem gleichen Niveau. Die AMD Grafikkarte dafür aber etwas günstiger. Dann hat AMD noch etwas dazu gesagt, wie es mit der Performance aussieht, wenn man auch noch eine der neuen AMD CPUs in seinem System mit drin hat. Also eine Zen 3 CPU, die ja in der nächsten Woche zu kaufen sein werden. Und wenn man die Grafikkarte noch extra übertaktet, da wird es dann quasi einen Knopf geben im AMD Treiber, haben sie es gesagt, der den Rage Mode aktiviert, mit der man die Grafikkarte direkt übertakten kann. Und dann soll die Performance doch ein ganzes Stück besser sein als die Performance einer RTX 3080. Da muss man dann aber wirklich das erstmal unter Vorbehalt sehen, denn klar, durch Übertakten generiert man immer mehr Performance. Und da muss man wirklich schauen, inwieweit bleibt dieser Performance Vorsprung denn bestehen, wenn man diese Benchmarks mit einer übertakteten RTX 3080 vergleicht. Also deswegen das erstmal mit Vorsicht genießen. Aber grundsätzlich erstmal eine solide Vorstellung. Für 649 Dollar die gleiche Performance wie bei einer RTX 3080. Und der größte Vorteil, den AMD mit dieser Grafikkarte bringt, ist, dass die RX 6800 XT 16 GB Grafikspeicher haben wird. Und das wurde ja viel kritisiert bei der RTX 3080, dass diese nur mit 10 GB kommt. Und da hat AMD tatsächlich mit den 16 GB die Nase vorn und wird vielleicht den ein oder anderen Gamer, der beispielsweise in 4K spielt, eher ansprechen. Dadurch, dass man halt nicht Gefahr läuft, durch seinen Grafikspeicher limitiert zu sein. Als nächste Grafikkarte hat AMD dann die RX 6800 vorgestellt, also die Version ohne XT. Das ist ein direktes Konkurrenzprodukt zur RTX 3070. Also ihr seht jetzt schon, tatsächlich hat AMD drei Grafikkarten vorgestellt, die exakt als Konkurrenz für die drei neuen Grafikkarten von Nvidia platziert worden sind. Also wer auf eine etwas günstigere Grafikkarte gehofft hat, den muss ich leider enttäuschen. Denn die RX 6800 von AMD soll als unverbindliche Preisempfehlung 579 Dollar kosten. Also tatsächlich sogar 80 Dollar mehr als die RTX 3070. Dafür soll die Grafikkarte aber auch mehr Performance bieten. Da die RTX 3070 natürlich noch nicht offiziell auf dem Markt ist, hat AMD hier als Vergleich in seinen Benchmarks die RTX 2080 Ti herangezogen. Die ersten Benchmarks von der RTX 3070 sind ja aber schon öffentlich bzw. schon einsehbar. Die Tests sind ja schon draußen. Und da kam ja bei raus, dass die tatsächlich ungefähr auf dem Niveau einer RTX 2080 Ti liegen soll. Also kann man diese Benchmarks tatsächlich auch relativ gut mit der RTX 3070 vergleichen. Und da sehen wir, dass tatsächlich die RX 6800 einen deutlichen Performancevorsprung hat. Jetzt sind hier natürlich keine exakten Werte bei den Nvidia-Säulen in dem Diagramm mit angegeben. Aber man sieht ja an der linken Seite die Unterteilung der Achse. Und da kann man tatsächlich von einem ordentlich Performancevorsprung sprechen. Je nach Spiel durchaus dann so im Bereich von 10 bis 20 FPS manchmal. Also das ist wirklich ein beachtlicher Vorsprung. Deswegen kostet die Grafikkarte wahrscheinlich auch von AMDs Seite aus erstmal 80 Dollar mehr. Da haben sie den Preis dann wahrscheinlich extra etwas höher angesetzt, weil sie den Preis eben auch rechtfertigen können. Man muss aber hierbei beachten, unten neben RX 6800 in der Legende steht Plus Smart Access Memory. Das ist quasi diese neue Technologie, die AMD im Zusammenspiel mit seinen neuen Zen 3 CPUs nutzt, was die Performance eben verbessern soll. Also hier haben sie ein kleines bisschen getrickst. Bei der RX 6800 XT haben sie tatsächlich einmal Benchmarks, also ganz normale Benchmarks gezeigt und dann einmal mit Smart Access Memory und der Übertaktung. Und hier verzichten sie komplett auf die normalen Benchmarks und zeigen direkt Benchmarks mit Smart Access Memory wahrscheinlich, um den Unterschied zur RTX 2080 Ti einfach etwas deutlicher darstellen zu können. Aber trotzdem, wenn diese Grafikkarte so auf den Markt kommt, dann wird es die RTX 3070 dagegen ganz schön schwer haben. Denn die RTX 3070 kommt ja sogar nur mit 8 GB Grafikspeicher. Und die RX 6800, die kommt auch mit 16 GB Grafikspeicher, also der doppelte Grafikspeicher im Vergleich zur RTX 3070. Und darauf bezieht sich dann tatsächlich auch teilweise mein Videotitel, denn wenn Nvidia da nichts macht und wenn das tatsächlich so stimmt, dann wird es wirklich sehr schwer im Vergleich zu der Grafikkarte die RTX 3070 zu empfehlen. Denn wer ein bisschen in die Zukunft plant und Zukunftssicherheit will, der wird mit den 16 GB Grafikspeicher und der RX 6800 dann tatsächlich deutlich besser bedient sein. Aber wir müssen natürlich erstmal den Release der Grafikkarten abwarten und dann uns die richtigen Benchmarks anschauen, ob die Grafikkarten natürlich auch wirklich das halten, was hier versprochen wurde. Denn das kann ja auch durchaus mal passieren, ist ja nicht gerade selten, dass die Grafikkarten dann doch nicht ganz so gut performen, wie das im Vorfeld angekündigt wurde. Wann sind die Grafikkarten denn verfügbar? Wann kann man die kaufen? Also die RX 6800 und 6800 XT werden ab dem 18. November in den Handel kommen. Also am 18. November kann man diese Grafikkarten kaufen. Und noch vielleicht ein ganz interessanter Punkt zur Effizienz und zum Stromverbrauch der Grafikkarten. Die RX 6800 XT ist mit 300 Watt TDP angegeben. Das sind 20 Watt weniger als die RTX 3080. Und die RX 6800 ohne XT ist mit 250 Watt TDP angegeben. AMD beteuert in seiner Vorstellung, dass diese Grafikkarten halt deutlich effizienter sein sollen als die Konkurrenzmodelle von Nvidia. Auch da darf man sehr gespannt sein, ob das in der Praxis dann tatsächlich so der Fall sein wird. Als dritte und letzte Grafikkarte, da hat sich AMD dann wieder das Beste für den Schluss quasi aufgehoben, haben sie dann noch die RX 6900 XT vorgestellt. Und die Grafikkarte steht in direkter Konkurrenz zur RTX 3090 von Nvidia. Und wenn wir uns da die Benchmarks anschauen, dann muss man wirklich sagen, da wird es die RTX 3090 sehr, sehr schwer haben, noch Abnehmer zu finden. Denn die RX 6900 XT soll dieses Mal aber wieder im Zusammenspiel mit der Übertaktung, also mit Rage Mode und Smart Access Memory, in etwa die gleiche Performance abliefern wie eine RTX 3090. Das ist je nach Spiel wieder etwas unterschiedlich, aber im Schnitt ungefähr die gleiche Performance und das nicht für 1500 Dollar, unverbindliche Preisempfehlung, sondern für 1000 Dollar. Also 500 Dollar, günstiger als eine RTX 3090. Und da muss ich auch wieder sagen, wenn Nvidia da nichts tut und nicht seine Preise anpasst oder vielleicht noch ein anderes Modell dazwischen rausbringt, dann können sie hier im High-End-Sektor zumindest bei Kunden, die noch ein bisschen auf ihr Budget achten, wirklich einpacken. Wie sieht es mit dem Grafikspeicher aus? Gut, da muss man jetzt sagen, da hat Nvidia dann auch die Nase vorn, sie liefern die RTX 3090 ja mit 24 GB Grafikspeicher aus, also wirklich, das sind schon astronomische Werte quasi im Grafikspeicherbereich für eine normale Gaming-Grafikkarte. Die 24 GB wird man niemals ansatzweise vollkriegen und die RTX, die RX 6900 XT, die wird auch mit 16 GB Grafikspeicher kommen. Also hier wird es kein Upgrade beim Grafikspeicher geben im Vergleich zu den schwächeren Grafikkarten. Aus meiner Sicht ist mehr aber auch definitiv nicht notwendig. Die 16 GB, an die muss man wirklich erstmal rankommen. Auch in 4K wird das eigentlich in keinem Spiel möglich sein, diese Speichermenge komplett auszuschöpfen. Und deswegen bin ich mir sicher, dass man da auch für die nächsten Jahre mit der RX 6900 XT auf der sicheren Seite sein wird. Ab wann ist die RX 6900 XT erhältlich? Da müssen wir noch etwas länger warten. Die kann man erst ab dem 8. Dezember kaufen, also etwas längere Wartezeit, bis die Grafikkarte rauskommt. Aber wie gesagt, wenn Nvidia dort nicht reagiert, dann wird es wirklich sehr, sehr schwer, sich da gegen die neuen AMD Grafikkarten durchzusetzen. Unter der Voraussetzung natürlich, dass die Grafikkarten in der Praxis, in den Benchmarks dann auch wirklich das abliefern, was AMD hier versprochen hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob sie das tun werden. Ich werde mir diese Grafikkarten auch so schnell wie es geht natürlich besorgen, um sie selbst zu testen und bin sehr, sehr gespannt, was AMD da abliefert. Ich freue mich auf jeden Fall, dass AMD es dieses Mal, also dieses Jahr auch geschafft hat, Nvidia wirklich im High-End-Segment richtige Konkurrenz zu machen. Das war ja bei der letzten Generation nicht so. Und deswegen dürfen wir uns alle auf jeden Fall auf die nächsten Wochen und Monate freuen. Der Konkurrenzkampf unter den Grafikkarten ist wieder eröffnet. Wenn ihr noch weitere Fragen zu den neuen AMD Grafikkarten habt oder andere Fragen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus. Haut rein.